. . Haben wir die Kraft, wo es gebrückt jene sind, die Stuhl, als die Frau von der Ewen. Was gebrückt wir von der Kraft? Was gebrückt wir von der Macht? Ob die Teufel uns nicht immer wahrer leiden will. Wir finden Lukas nicht verscheint. Du sagst es, dass Gott uns eine Wollt macht, jen dem Teufel. So ein wütvoller Versch. Wir haben viele Meierversch, wo wir das finden. Von der allmache Kraft Gottes wird wir kennen haben, dass wir nicht dürfen und Sinn vorsägen. Wenn wir uns selbst betrachten, dann merkt wir das, dass unsere eine Kraft sehr lange nicht steigt. Ich habe hier ein Bild, was ich am besten will, um erklären. Ich habe hier ein Beispiel gemacht von dem Licht, was in der Welt gekommen ist. In Johannes Kapitel 3 sagt Jesus klar, dass das Recht von dem und das Licht was er gebracht hat. So was meint er, dass das Recht von dem und das Licht das Recht, wir weiten, dass Gott heute in, was soll ich sagen, in der Recht abgesprochen, immer uns Menschen, da waren es, wenn es wie in den Sinn gebungen worden, von dem Teufel. So hat ihr Recht von dem Sinn es tot. Und wie was Jesus getan hat, er hat das Licht gebracht, was in der steht, das tot ist. und da entschuldigt mir das Licht in sehr feines Beispiel zu sehen von das allmache kauf. Und wie seid ihr hier alle und ihr Licht von dem, ja? Und wie weite dort das Brück kauf von das Licht was hier ist. Und das ist in sehr wundervoll das Beispiel, wo wir uns mal gerne ein bisschen beten sein, wort wirklich Gottes kauf tät. Und ich habe das Beispiel hier von einer Strom lang. Wie weite dort, wenn hier Licht ist, da muss wo ein Strom mit kauf sein. Dort sind es klar. Und ich brücke das im Beispiel mit ungefähr so da muss ich mal sehen. Ich weite endlich nicht, wovie Kraft an den Strom ist. Vielleicht weite wer von uns. Ich weite auch nicht mal von wo der krach kommt. Könnte auch nicht sein. Wahrscheinlich ist da wo eine Plant so es würde sein. Eine Strom Plant wurde generated at, wurde produzierend at. und was ist dort von a Plant habe nicht im Begriff. Wie wird in Paraguay bei der Pflanze seid die Rats auf der Welt. Eine Strom Plant. Das ist so groß, dass es nicht mal zu sein, was groß hat. Das wie der Hand checkt das sagt, so da wie so na der Dom ever gemerkt. Dann sei es das ever hundert Meter hoch wo wir voren daun. Danach glaube ich seh das wie hundert Meter rauf, so dass es 200 Meter hoch hat das jetzt nicht zu sein, wenn er da sitzt. und dann sei es das ein grotes Generators was da drehen daunen und woviel Strom die Sohle habe ich für jeden ich weiß nicht die Füße nicht mal im Kopf nehmen so eine Sohle habe sie da. So ich habe nicht alle begrepen und so sieht man das Gott. Er hat ein Licht gebracht , was wie bet habe ich riepen können. Correct ist das Licht. Ich habe es klar, hier wird die größte gefragt, wo ist die switch zum Licht an switchen? Und das was wir uns von der will freuen, wo ist die switch zum diese Macht anknackten? Und weit ihr was, das braucht man so ein kleines poortje von Gott seine Kraft an diese sto dag melken. So sie mit die plant, das braucht man plant, dort ist, und ich weiß nicht, was Bolivia hat, aber wie weit du hast von der große Kraft, wenn wir an switchen, das hier licht. Und hier habe ich Gott als ein Beispiel von der plant. Und so ähnlich ist das mit der Strom leiden, wenn wir die sein in daunen, wie weit der ist da, aber wie kann es sein, dass da eine Kraft ist, das ist oder nicht. Wenn die me seht, ich soll das auf den Polen abkriepen, da antworten, wo ich nie mal stunden, wenn es ich glaube, das wird gefährlich sein. Aber zum sagen, dann würde ich hier eine kleine switch an switch sein, wenn das ist, dann weiß ich, das ist gefährlich. Das ist Gottes auch gefährlich. gefährlich. Die allmache Kraft habe ich allmählich besonnen. Wir fing es von Mose, da bin bei Sinai wieder. Da leid Gott nicht mal sein. Eine steht, sagt es, dass er leid sich von Hänge sein, von fair können nicht. Wenn Mose nicht verdrehen. So scheint mir Gottes Kraft so allmachtig und geräut, dass wie man uns verstand allmählich betrieben würde. Wie Fingermeyer steht von dort. Johannes, Petrus und Jakobus haben wieder mit Jesus tobt. Und was passiert? Sie fallen auf ihr doel und wie Angst. Das ist ähnlich wie Gott seine allmähige Kraft sein. So ist es mit dieser Kraft klein. Noch ein Beispiel, was wir kennen hier ist, wir können nichts sein, dem droht es nichts anders, als die Kraft zu essen oder nicht. So ist es ähnlich mit Gott seine Kraft zu begriepen. Uns natürliche Verstand kann das nicht begriepen. So sich laut seht von uns Verstand kann nicht Ewigkeit denken. Gott haft uns ein Verstand gegevt und hat uns dort nicht gegevt was Ewigkeit begriepen kann. Uns Verstand ist abgekonekt auf Tid. Wie kann bloß Tid denken? Wenn wir denken an die Ewigkeit wird ohne Tid sein, das ritt uns auf. Weit du was? Wenn wir zu lang in Welle denken, dann würden wir Depression kriegen. Betracht worden. Wenn es was was nicht betrachten, das ist ähnlich mit das. Wo kann da viel sein an dem droht, wo nichts zu sein ist. Das ist ein feines Beispiel. Wer das alle gelebt hat, der würde uns das geschmack alle erklären. Und doch würde gehen. Hier ist auch noch ein Gottes wonder ist, dass einfach große motoren von so ein dritt drehen als das. Das habe ich nicht begrepen, aber das ist so. Und das ist so. Das ist gott, das gott, sagt und so ist das. Und das ist das das licht. Das ist das 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 hat. Und das so. Und wir finden ein vers das sagt, das wir haben nicht mit fleisch und blut, wir haben mit die gewollte maagten an an am himmel harschend an an diesternis. Und weht hier wel ich was gut hat vertelt. Wenn wir wollen kraft schrie in diese sind, dann bräck wir licht. Und hier ist ein fäinheit bespiel. Dann haben wir das nächste Ding zu transformen. Dem habe ich mit Jesus verglichen. Wir können nicht bloß hier ein ball und knackten an die große ström. Dann zängt das uit. Wir bräck in transformen von die allmache kraft. Dort rauf stahlen dort wie arme Menschen an connect chännen. Das wird gemerkt haben. Das ist die Transformer. Und wenn wir Jesus in ganz Leben betrachten, wir nicht haben, haben nicht Tito Toe. Ob er bloß ein klein bett und denken, dass Jesus wirklich fleischt wird. So sag du. Da ist wo uns mit einem fängt an to connect , dass wir wirklich bit von das Licht betrachten. Und wenn wir die paar gingen an uns nähen, auch ich soll sagen, noch wieder an unsere Wolse nähen, dann werden wir an denken, wo das wird wenn ich im Licht nähen geht. Es ist klar in Johannes 3, selbst je kapitel, dass die fleischtel ja mens wel am diester sind. Warum? Weins sehen woord die sollen ge op war. Und hier hat Jezus ein Licht gebracht was gerecht ist für die död. Und in diese allmache kroft, das wo wir anknackten, das ist die stroom von der kroft und das wird transformiert und dass wir das begrepen können. Und wenn wir begrepen wollen, wo wir können, die kroft die ever sind, dann bräck wie, und weit du was, das kleine switch, das ist mein jesel, kleiner jontje, das war, in die klasse gehad, und duib an dem hat, und das ist das ich, das ist das ich, und das ist die switch. Wenn wir die switch answit tun, daunen, nur dem transformer, dass die kroft durch diese switch und ans dach wird, das wo kroft passieren hat. Da sind wir angeknackt an die Millionen Wolves, die von einem generator kommen daunen. Und die Millionen Wolves haben eine moot, aber Gott ist all ma haf nicht eine moot. wahre sind, was wir nicht betrieben können. Du hast die allmache Kraft. Von der ist die Frau hast du diese Kraft. Bist du angeknackt an diese Kraft, dass du jen Sinn stunden kost. Und was haben das Nächste. Hier ist noch ein Ding, was wir brücken tun, die gelaufen, und dort nennen die start das switch, wenn wir reden von großen Motoren, wie heute ein Motor Kaffee langträgen, er kann so wenig davon, er hat bloß drei Drähten, er knackt die an, und dann switch dich an, und lad dich dreht, und ob uns eine Kraft an dägen, dann sehen uns die switch aus. Ein welches wahre und klare Beispiel, wo wir Menschen sind. Wenn wir diesen Glauben nicht haben, dann sehen wir immer wahre aus. Wir wollen die Kraft an knackten, aber wir haben nicht einen Glauben. Wenn wir nicht glauben haben, sehen das und wir sagen, Gott helpt nicht das versprechen. Das ist eine Kraft. Dann sich diesen Motor Trouble hat, dann fülle einen Elektrizier und sehen was das. Oh, sage ich dann, wenn du einen dreipitzigen Motor hast, bräuchst immer eine Starter Switch. Das kostet niemals so ein Motor ist da drüben ohne Starter Switch. Die kleine Motor ist jo, aber die Grote nicht. Das ist das wir schafft. Wenn uns Glauben nicht do ist, wir brücken diese Träteung von Gott, das uns den Glauben und connecten. So ich habe hier ein Beispiel gemacht und wenn wir den Glauben haben, dann habe ich das Problem nicht. Dann habe ich das alte Kraft angekneckt und dann fort. Dann habe ich das. Die Frage ist, bist du angekneckt an diese Macht? Hast du das Licht, wenn wir sein? Klein wird mal erklärt von das Licht. Wenn du in Trübel hast, das beste was die Donner kost es, um Licht kommen, wenn das ist ihr recht für den Dood. Das ist ihr recht gegen dem Dood. Dann darfst du nicht stoppen. Du darfst um Licht kommen. Was meint das um Licht kommen? Maak die mal op. Do mal die hat je opmerken und wiesen dort. Leid das mal ver Gott . ganz op. Moabiano dass noch ein Axt wird nach gleich tot hohen. Das wird die Bibel sagen. Das ist das. Aber war dein letzte Tag dass ihr recht nicht sterben ist das Licht kommen. Das war unser Allmache Kroff in den Sinn. Er kann wie ein Angst was da passiert. Hast du irgendein Ding wo du nicht je was im Licht kommen wenn du hast dann darf eigentlich sein da im Licht kommen du weißt alles. Und das ist ein Ding wo wir uns priefen können und mag das Ding aus wie wirklich diese Kraft in den Sinn haben. Wir sagen manchmal so eine große Träubel zu dort sein hat ist nicht mehr so einfach bloß das Wort auf merken. Du weißt nicht wo das alle auf wird dann ändert sich dort. Und das ist interessant. Dann würden wir vielleicht denken na jo dann würde ich gleich im Dage te gehen aber ich will mir eerst Boden in den Sinn aus tragen. Das ist was wir denken fleischlich. Aber das Paar ist so wie sind dann weiden wir was wir verkleid an haben. Hier ist ein Beispiel von den verlorenen Seen dann steht der Kommen Deid Wo schein die tregen? Gleif ihr der Hode in Bootstuh wo ihr Boden könnt? Gleif ihr der Hode rein in Je Kleider wo sie können antragen? Ich glaube nicht. glaube er so sie wie und Gott hat Gott und das ist das große Leib. Gott gleicht das Licht. Und weißt du was? Das ist noch ein sehr von das Geheimnis Band hat. Er sagt selbst er checkt nicht nur die Sinde. Er hat alle vergeben und er ist in den Hode na. Und wo Jericho sind wenn wir im Licht kommen sind dort wo wir an waren dort wir in Griech sind dort er brückt wieder Licht. Wir können dort nicht eier machen. Wenn wir gebungen sind in Sinn dann sei wir nicht unser dann sei wir andere er. so dort noch ein fern Ding aus die Kraft hast jene sind solange du andere Fehler setzt dann bist du nicht im Licht dann bist im Distra so Sjana früh hat gesagt der röpt der noch früh und sagt deine Wurst ist ganz gerüst du hast noch mal in einem lüb was nicht da hängt da berlin ist ganz plage ich oh sag ich das in oberst früh na dort glaube ich nicht da das so ist na jo komm check jetzt wie im Fernse check mal wo plage ich das oh sag ich den oberst früh check mal dein Fenster ist gerüst dort ist das schafft wir sind nicht am Lech wenn sie wo der Fenster rein machen dann würde meine Wurst rein lüten und dort ist we we kraft ha ever sin wot makt uns frie von sin wot wot ans frie makt dat von sin as this starter switch wie brücken wie wo die flächste denken wot mich dann betieren wann ich will nicht wot mich dann op machen wann nach will ach wenn wir nicht durch diesem glauben nur der schritt christi gehen wo wirklich das alle meine kraft an euren knackern habe ich die kraft dann ist die kraft nicht du dann schafft dann fällt das immer weiter träg das krizt christi ist unsere gottes kraft allein durch dem glauben wenn du nicht gelieff und tritt christi da habt ihr nicht wir können alle dinge doen und sagen wir alles immer deil gebracht weil die geloven nicht ist dass wir an diese allmache kraft anknackten haben wir nicht kraft keinen Sinn was hält uns frei von Sinn wenn wir das geloven haben dann haben wir die kraft und was hält uns frei von Sinn das ist die kraft von dem heil jäst und das ist ein ding was wir uns können abfüllen lassen wir kriegen das in hellen jäst was meint das wir kriegen die ganze klarheit ever wohnen power land schaffen das und wir weten das schafft niemals eine große Macht ohne ein geloven wir brauchen das in geloven die kraft durch den geloven an dem hellen jäst als die wat uns ever windet dat und das hellen jäst is but do wat we in a klasse jäst ha dat die schafft manchmal ganz anders als wie denken jäst die schafft nicht unbedingt an dem mood von tid wat wir hier ha wie fing es in der bibel von dat we got das ein dag so du sind johr an du sind johr so ein dag what mein tot so an se mod von diese ding die hat viel dupas dort und da ist die jäste maag wat wie brukketjana wat ans frie holen dat en wanne die wie up gefall sind mit dem dann ich zei manchmal dann zä wie so ein ski jet weet jä wat ein ski jet is dat zet me a schmack van die vorn dat is een kleine motorboot koe zä wat bloß kamerom johlen en en kam me niemals je weg met die to vorn wanne se to oud op on se jonge 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 de sat op en de schlert se met im am but roms is me maag mo drame dat wich jan en dat is ähnlich wanne wie je viert worden met dem helder jest dat zet zes van de nisch borat krex is ski jet dat eva de wale all way sam stede kos on jonge dršik de flie van en wale na de nächste want de spoz ich nu jonge to geloven wat die dinge can doen dat is what the hell you have on dize grote all maag krex chavi evan se trubels ever fliehen chavi on connectan vele mensche denken we sean free oba vi ertjane nech frie het we sent om distra vi checken all maag mal no lich oba vi will ons nich im lich na en dat wo de kraag meine met ons gloven we wale dan all maag mo beden god do mi van de on en schoene dag jeven oba vi wale ons nich in dem gloven n te leien n to schmieden vi packen maar nog een beetje on ons verstand on die rebele wo wo er kraag get komen hier zijn veel so dingen wat in betracht komen down hebraer 5 12 bat 14 zijn wie nog hebben jonge king wat on maag leven oude zijn wie abgewassen dat wie al wieder komen down waren wie ons en gottes hand bevingen dat wo we am lich zijn en dat is de anfang van ons leven dat is anfang tot we een ski jet naps zaten dan bleef het nog niet zo ik geloof ik wanneer ik een ski jet zat dan dan word ik geloof ik al wonder groot ding wie ik wie ja als die jongens wo dat is nog nischt en ik wanneer zah het los varen en dukker is dat op doel wenn dat 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 is een motorcycle dat en dat kun zijn ik wanneer om stelpen voor ik hem schoopt wie ik weet dat niet zo zit me dat maar en die is varen dan is dat je om stelpen dan flicht dat en dat is het schmak dat schoopt en ik zei maar dit beeld als en God is hond daar zijn we zeggen God is al maar gehaunt hij houdt dan zijn noot ruit hij neemt ons ruit waaraan zijn we ruit om hem licht wonen zijn we na hem tjena waar wel wie nu maar naar de volkomen herkomen wat de ski jet kan oude wat de all mag je kroof kan wale ik zei hem am jessel je doef niet bloes uet vingen dan doef we dat en deze volkomen het dan kom we los van op zetten wank je op de ski jet en zah die moralen dan denk ik niet on nu veld op zetten en dat is ähnlich zoals ons christenleven film is we zetten bloes om op zetten ik zet op en dan dook het er te zijn en krip ik wat er op dan moet ik wat fras op zetten wens ik wel nog mal voor en dan ver ik wat er ganz op zetten op en zet wat op en dat is wat het leeren dat waar we to de volkomen het en dan we al voren no de volkomen het goonen en 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 maar waar a bus het doen van alle hond fras grond laien dat is wat veel van onze trubbel zent dat we niet stond of zent jende sind we doen niet on de starter switch on connect we doen bloes man on z en switch nan sen sen zengt uit dan we fras en schaft bloes niet die sen bloes allemaal uit dat is ähnlich so wie als christ film doen wie alle een ale en hier sach dat heik dit bild geno hebrae saas ain bat 2 wie neme an sin jesus on os en rad en hei nemmt ons on os en verlorene to stond ober wie ha hier staup ik had hier op gemult de rad is het eerste ober dan is het nog niet door we hand bellen dan het nächste staup is de heil on wat meent heil on dan we all onze troubles los leiden wannek op show zie gaan op de ski jet dan wel ik is op gezeten zie dan wel ik mijn show off leiden die kenne me do borden ik wil mijn jeltas off leiden die kenne me do borden ik wil die tiet off leiden wat mij wat nu geregert haft en wil mi an dis en strom ne geven en dat is endlich wo heilung passieren het all die troubles wat we in ons leven gehad had die wel we hier bij die heilung loten dan zijn we bij de tweede stop en de der drer stop hebben na war wat dan ne we met dem rood ja ik wens wat van onze jongens rood nemen wat mag ik het niet doen hoe kan ik om geer zaten want is de brakes want zijn de vader ik ze je want op eed voor nu hier dat is gans wat andert dan fehlt me dem rood dat schaft je gans anders als op schits en geer schiften so je beed would so want we op des skijetten op krippen wat een gans ander system is op eed door is rood jesus zegt hij is gekomen ons rood te geven hij is een rood geva dat nekste is al dat licht wat is van reden die hij mag dan dag wat is die da weer wie kenne seine dit system schaft anders en ik kon je niet meer klaren wat een ski jet schaft wens ik haar niet met je voorn op wens as me zit dan handelt zich dat alles is van de bloes flee en dat is alle are mar is ik weet niet moe hoe flee want mien schwee zijn die flecht en ik ze laat so to mine dacht dacht ik wens ik had me met niet flee en zo dat is we denken dat is een andere system zo is het met een spreak ik wil gelijk om stoot gaan je wat duzende dolar dan kan ik spani schaft niet maar anders denken en dat is ähnlich met dit wie broek licht dat wie die ding zijn can zo is got de wies dat wo kan dat licht in je recht zijn van dood weet je wat want die dat uit vingen die komen met je hart maar ganz op ganz vrij dan wordt graag dat passieren wat de bibel zegt en na nog die dat geluven worden dan wordt die teufel weichen daar aan die waag wie beleven dat ewa en ewa met menschen wat deze ding want die dat werkelijk im geluven aannemen dan dan schrien die licht over dingen en wanne dat licht geschehe dan neem an aus haar wat meint dat dat is een haar hees mijn leider en alle dingen ik hem do alles vreon du hast licht du rot du heilung en weet je wat wel we no de valk komen het voor dat is wat he breer saas verscheint in 2 wel we valk komen worden en 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 a grunt en bloes allemaal ware versetjen de oule ding op te riemen op te riemen we moe op hier met uit mest we moe schoffen en verwerd schoon dat is tiet en dat is een grote poort wat ons kerof gehaft ek red moe met een motorcykel vore en dan zag hij vond 160 kilometer de stund met een motorcykel ze mens vergrilt die dood daarboven en saak dan wannek is even 100 kilometer stund vood kan ik go helm stop dan pflicht dat en ik wonder of dat zo schaaf dat mag ik niet lich of ik haine power zo gehandeld dat woi jok ha en wannek dat op scherz dat koste m kwa wo om niet ik weet niet so is het om geloven dat pass me interessant wannek met wem spazier dat een dag en de klons vol trubbels vind ik niet traag met al dat garbage wat hij heeft maar we gaan maar in geloof en gebeten o god en hij gaat en geloof en geriet met deze trubbels en de next dag vroeg en ok niet schlacht niet waar van de trubbels red dat er is en hij kan blis niet feilen dat dat de trubbel is ik weet ook niet wie dat 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 Lukas 1 17 hier is een krof en er is een krof waar ik is en gest en die kroft dat Elia mensche non got fjeren woran brugt dat krof dat mensche non got fjeren wie bruggen en deze all maag krof on to connect them mot glouven wie bruggen den fost glouven Lukas feier vers 14 dat Jezus kom en gestes krof en lied je balt dich wel geloof je hof Jezus luide je reet dat ik reet geloof je hof anders je reet dat wat in Jezus we had on des all maag krof on je knackt en die krof die kom an her klärung wat je wolt dich schafft ik weet nicht flach a verveil lüda ob ik leef he had an her klärung wat am lich we wat dagen wat te seine we Lukas 4 29 41 bleef den Jeruzalem hier is de krof wo we on knack hier is de strom lane wo we can on connect in wo we 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 can ever win ever the sin apostel je schick de eind vers ach de krof van dem heil ja jest well we kunnen say de krof ton de power we have strom we have all stone we can on the fridges on connect we can a lich on connect we can a bruise we can what do with the kroft and this heil you yes is and krof you in the sin and we can you hear that and all there is a good boat you hear and when you the hand knack and this heil you yes then will you not krof have you sin then you heil you no house for and say we have so a she know the boat you hear that is so that is not a kroft we broke him and this krof to connect we broke this in hell next and on that we ever winter sent has to the kroft has to the klo I would fail and say I have him hell yes I have me to all but my depression can't not lose for can't I can't do I have touched on the storm where I thought I hit my motor shift not the red I could not start the switch I can't my will have come me feel to the hell come I must not start the switch to the way to send what must I do I can't 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 I can't I can't I can't vom Teufel. Da muss ich erzielen. Und da kann ich an die Kraft daran connecten. Wenn es der Teufel hat, hat ein großer Motor für mich. Mein Glaube wird so weit weg. Ich habe auf die Fülle gegangen. Sei eine klare Erfahrung. Apostel, die schicht die Feier 33. Du hast eine große Kraft an die Auferstehung von der Gnode. Diese Gnode, die Jesus gebracht hat, um dort abzustehen, dass sie nicht gewollt, gekauft werden. Dort überwinden all diese Troubles. Seiste Kapitel, Vers 8. Stephanus hat diese allmache Kraft durch den Glauben. Wer will denken, dieses Start-up-Switch ist ein wichtiges Ding für uns, das wir haben. Und ich sage immer, dass es da noch was von der Mutter betrieben ist. Aber die Teufel kommt dann mit der andere Kraft, weil wir unseren Glauben nicht ganz abdaten. Und da sage ich, das ist interessant, was Glaubenschaft ist, das ist auch ein anderer Modus, als wir denken können. Wir haben Tät und wir haben Mut. Jesus sagt, wenn wir einen Glauben haben, ist ein Samenkund, so klein, als der muss er. Da kann ein großer Baum geben. So denkt nicht so, ich mag hier schon mal so und so ein großer Glauben haben, aber du losforscht, du brauchst einen kleiner Glauben, als es in Samenkund haben, aber du brauchst Glauben. Das brauchst du. Du magst einmal Glauben haben. Soll sagen, du magst weiter, dass du selig bist. Ich sage, du magst weiter, dass du den Glauben hast. Dann kannst du weiter, dass du selig bist. So ist ein Klima umgedreht. Hier sind so viele Versen, ich habe bloß ein paar abgeschrieben. Kapitel 10 Versch 38. Jesus ist eine Kraft durch den Gästen. Und das ist ein Gäste. Ich sage, dieser Gäste ist dort, wo wir nicht sein können. Dort sind dort, dass du da vier hast oder nicht. Da kannst du nicht sein. und wenn du vier hast, dann musst du dort ein. Ich sage, manchmal, wenn du einplugst, das ist ein und ein Schufle, und der eher schlug, oder was auch immer du einplugst, das dreht nicht, dann sage ich, du hast nicht vier. So sieht man uns. Wenn du beten, dass nur Gott und du kriegst keine Kraft, dann hast du nicht vier. Oh, wem ist der Schuld, ist dort. Gott hat aufgeswitcht. So denkt wie, ich sage, wie haben wir nicht angeswitcht? Das ist ein Trubbel. Wenn wir angeswitcht haben, dann ist er vier. Und das kriegt dieses Glauben, was er brücken hat. Matthäus 7, 11, ihr kannt, ihr nicht gehen, du gehen, und gehen, wo viele meier, was Gott ans himmlische Vorder, ans, den Heiligen Jez, wenn wir beten. Weitje, Gott hat uns gemerkt, dass wir das Heilige Jez haben. Er hat geplant, dass wir ihn haben. und wenn er erst da rein mit dem so schön ist, wie er uns aufmerkt, einem Glauben am Annehmen, dann schafft er vier. Ich sage mal, die vier Strom erst bei dem Schiffle, wenn du bloß mal einschwitchen, dann darfst du das. Die Kraft erst da. Wir haben niemals Gott beschuldigt, dass seine Powerline ist ausgegangen. Wir haben klargemacht, wir haben nicht einschwitzt. Wir haben bloß noch nicht angeswitzt. Ah, dann sagt manche, ja, das kostet alle sein, aber du wirst, wo er versucht hat. Ja, ich glaube, du hast versucht, aber den Himmel hat man versägen. Das ist manchmal mit uns so, wie versägen, versägen und versägen. Aber ich habe mal ab mit dem einen Tag, und dann denke ich immer an meine eine Beziehung. Ich habe so klar, ich will mich beziehen, weil ich geschwälde. Ich habe ganz klar, ich will so ein jung sein, dass die ganze Kolonie sich wird frei, weil das jung sich beziehen wird. Die würden mich rein alle loven. Das wird mein Seel wieder. Und dann dachte ich, meine Beziehung von das Leben, das bessere, düstere Leben, Angst, Beleidigung, verplägt, wie ich mitmacht. Und dann sieht ich nicht, wo ich mich beziehen. Und ich weiß auch alles, ungefähr, so wie es das muss. Aber das beziehen nicht. Aber der Tag, wo ich ganz im Einkommen, wo ich muss trotisch zu Gott sein, habe ich sie verloren. Ich kann mich gleich beziehen. Das scheint wahr. Ich habe alles getan, aber ich wusste, das scheint frei. Ich bin ein bisschen beziehen, ich komme im Licht. Aber ich mache es nicht. Und ich liege in der Wand, so ein kleines Kind, wo es all ich kann. Und weißt du, was mir das bräuchte, aber ich muss einmal können an meinen Wort sagen, Gott, die Heil, das ist für mich. Aber Gott, du weißt, hier ist ein Junge, das verlangt nur dich. Da muss ich einmal drehen, da muss ich einmal feilen, ich sage, yes, du bist ein Gott. Aber er weiß mich, dass du wirst dich nicht beziehen, mit dir in den Weg. Das bräuchte diese Kraft, das bräuchte das Heilige Geist, was mich trägt. Und so will Gott mir den Heilige Geist geben. Und er hat gesagt, dass es dort passiert, wie er das feil ist, was ich alles beschickt habe. All meine Proven, Aufprachen, unerreichungen, und was alle ich abnehmen kann, hat alle nichts geholfen. Aber in diesem Moment, dann wird er Frieden, und das kann ich mir heute nennen. Dann feilt ich noch einmal alle weh an, mit Frieden. Ich will mir das alle weh in der Strophe, ich muss mich schämen, ich weiß nicht, was alle. So eine Dinge, als ich alle da hatte, nicht mehr zu bringen, die ich in den Betanen mit verschiedensten Menschen bin, die Leute da drin, alle an, was ich da hatte, was ich alle verliehen hatte, was ich gestohlen hatte, nach Seien veräußert hatte, dort, und ihre Sonne, würde es mir nicht sein, der Tau stehen, dort steht das alle Tau. Hat mir alles schlecht geholen. Nümer einmal, feilig noch, zu Hause gegangen. Und das ist die eine Sache, von wann wir wirklich an das Licht anknackt haben. 1. Johannes 3, 9, 10. Wer aus Gott geboren ist, der das nicht sind, also, der Seil kann nicht mehr sind, denn ich werde es umbauen, wie die Kinder gerade sind, oder wie die Kinder vom Teufel sind. So, hier ist wahre ein Ding, das kostet ihr in die eine Lebe seine, bestet ihr in diese Kraft an, oder bestet ihr nicht. Wenn du in diese Kraft an bist, dann kostet ihr nicht mehr sind. Und da steht, sage ich dir, wer diese Hüpfung hat, der rennt sich. Wenn du diese connection ist, als man hat vier, dann wirst du rein, dann wirst du rein sein, ja, wenn es die beste im Licht, und du kostet immer Sinn kommen, du kostet immer kommen. das Bild habe ich viel mehr, und ich habe es mehr mehr für mich, und ich wollte Ihnen das wissen. Diese Gelutenheit, ich sage mir, das kleine Junge, der am Hüpfung hat, das ist die, was da dann, aber einmal im Engwe, und sie sagt, ich traf nur der Haal. Und dann sagt, ich kann einmal erkennen, dass ihr in die Bühne, das Junge, das riecht, den klaret, sicherheit, ich sie Gott sind. Das war ich, das hier. Und dann, fange ich an den Finger an, und go. Was ich alle getan hat, war ich mich schäme, war ich wiederum, ich war all das, dass ich hier bin, und ging ver weg. Das war ich, da wird ich alle, in diese Kraft. Und weißt du, wieder, dann, ich mache mich an, und sie heile, sie heilt mich. Und das, das war ich auch, zu tun, und so, von den Dingen, das hier nach Jahren, nach fünf, sechs Jahren, das war einmal, nach Gott, meine noch einmal, eine viel, wertvollere Schulden, an der Stadt. Das war ich noch, ich bräuchte ihn noch, als ein Haar, was ich hier sagen habe. Ich habe ihn, als ein Raar, und ich, nach Frieden, mit so, dass ich wieder frei. Und ich war auch, im Licht, in Samsteden, und auch, wie viel, die heilt, und einmal, weißt du, mich, ich bräuchte ihn noch, als ein Haar. So, das sind Staupen, die wir gingen, und so sitzen unsere Troubles. Wir können die loswerden, wir können die Arme, als ein Haar, bräuchte mich überkommen. Folie geloten. Gott, das dem Teufel, seine Macht, verschlängen, und verspingen. Gott, hat unsere, Gefangenschaft, gefangen, geführt. Das sagt, das ist ein Pfizer. So, wenn wir, an dieser Kraft, angekündigt sind, dann kostet sogar, das Klimaanstahl, in den Haus. Hast du an gedacht? Wenn es heute ist, dann kostet es, die Kölnerstahl. Wenn es kalt ist, dann kostet es, die Herzen. so wundervoll, ist das. Und was ich meine, wenn es heute ist, wenn es an vielen Troubles ist, dann kostet es, die mit dieser Kraft, das ganz Kölnstahl. Die jense, goe Mames, wenn die mit eure, die Kinder, werden sagen, dann stahlt das Klimaverwaltung an, dann wird das Köln, dann kostet es, und die Makel, die Ware, gehen die Kinder, auch da anentrücken. Das wird diese Kraft, alle das. Und wenn du rein kalt, feilet ist, dann kostet es, die Herzen anstahl, mit dieser Kraft. Das ist ja, wie alle da, die Schreien, so wundervoll, ist das. Hast du diesen Gloven, an diese Kraft, an den Heiligen Gäst, dann kostet es, immer die Probleme, überfliehen. Je weet, du wirst loslaten, von ihr trachtet, nach dem, was drüben ist, wo Christus ist. Sitze zur Rechten Gottes, und er steht an, für die Doe. Wenn die Doe, was schon drüben, dann werden die diese Trübels, loslaten. Dann bist du da, Bove, ever. Die Kostloskommung, von diesen Trübels, wird die ständig, beinne, feils, fast zu sein. Fliehecher, an diesen Glauben. Wod ist dein Ziel? Hast du dein Ziel, wie die andere Menschen, oder hast du dein Ziel, wie Gott? Da steht erst, wo du dein Ziel hinsetzt. Wenn du erst deine Mut nehmen, oder diese Menschen, die hier auf der Erde sind, oder diese Trübels, die hier sind, oder hier schauen wir, von der Gesatze, anfangs dieser Klasse. Wenn dort dein Ziel ist, dass du das Gesatze nicht zu übertreten, dann bist du um das Gesatze gebungen. Wenn dein Ziel ist, dort zu sein, wo Christus ist, wo er ansteht für dich, dann bist du geborgen, verborgen, kann man sein, mit Christus und Gott. Dann bist du beschützt, dann hast du die Eva Macht, Eva dieser Trübels. Ich sage, das ist eine andere Mut, so ist die Peet, was ich hier laatst weiß. Wie man mit einem ganz anderen Weg, das Peet brücken. Wie nehmen dann, so ist das Bild, wie ja, wie nehmen von einem Peet, ein Viertel, von einem anderen Peet, ein Viertel, und dann stelle wir ein Taub, dann ist das eine ganz andere Peet. So sieht man ans Leben. Wie nehmen die Biespäule, von was wir, ab ihr, beleben daunen, und stelle die, ab dem Jessel, ja, war ich zu denken, wo nicht Tiet ist, dann dürfte ein ganz anderes Leben. Und das ist ja, wie durch diesen Glauben daunen. Wir können Kroft schreien, je in der sie sind. Matthäus 10.4.20 sagt, hier sagt er, der Gedäufe, wie daunen nicht meten. Ich will, ungefähr halb so fijn sein, als Jesus ist. Dann wird es all ütretchen, bei dem Himmel. Nach so viel Gauw, woord ich dau, dann soll es auch reichen. Das Vers sagt, der Jinger ist nicht über dem Meister, und die Kroft ist nicht über dem Haar. Woord an. Das ist genug, von wie sie sind, so ist der Meister. Und das ist ein Ziel. Ich will nüsch anders sein, als Jesus ist. Ich kann nicht nur mit, ich will ein bisschen hechen sein, als Jesus er mit Lea. So ist Jesus, das ist mein Ziel. Das ist nur mein Ziel. Und weißt du, wenn du dort best, so ist Jesus ist, dann hast du die Kroft über die Zin. Wenn sie zu sagen, Jesus ist keine Zin. Das braucht den Glauben, wo man wie leben kann, wo man wie stark wird. 1. Korinther 1,8 hier redet von der Openheit zu den Chirits in der Böse. 1. Korinther 1,8 da sagt das, wie wird er seinlich sein. Uns ist der Chirits eine Gotteskraft. Aber wer nicht glaubt, dem es die Natur hat. Und das rede ich von diesem Starter-Switch. 2. Korinther 1,8 wenn wir nicht die Starter-Switch haben, aber uns die eine Switch will alle die Kraft und die zinkt bloß, immer aus uns, als es die Natur hat, um das zu schaffen. 3. Korinther 1,8 wir schmieden, dass alle zu sehen sind, das schafft nicht. Das ist, was ich tun. Das sagt die Mutter, die Mutter hat. 4. Korinther 1,8 und ich veranworte die Tristan und sage, das Mutter schafft nicht. 4. Korinther 1,8 Er ist wieder nie ein Mutter. Und weißt du was, er sagt mir bloß, du das Starter-Switch an, was alles schafft, und das ist, was ich da hin, dann schafft das alle. Dann können ich so gehen und fallen los, dem answitch, die drehe los, dort fort. Und das ist, was an sie soll sein. Jesus Christus, der allmache Kraft, in der tritt es an sie Kraft. Aber all die Dinge, was da was los sein, ich sage manchmal, ein Plotisch, reden wir manchmal von, oh nee, das ist Englisch, nicht eine Garbage-Dose, eine Meldose, wird das Plotisch sein. Und das ist, was Jesus uns angeboten hat. An sie sind, der wir da in den Krieg trauen, er nimmt die rein alle. Wir denken manchmal so, an sie sind, die sind zu ecklich, um Jesus da noch zu wiesen, wie wir all ihm dies trauen. Wobei er auf das Licht gebracht wird, was uns gerecht ist, für den Tod. Wir können das Licht nehmen, dann steht die Tod. Und wenn du im Licht nehmt, kommt es, dann wirst du frei. Und das ist, was der Krieg, der Krieg steht, mädel am Licht. Bei dem Krieg kann alle man ein Handchen. Und bei dem Krieg kostet du auch alles sein, was du hast. Das kostet du alle loswerden. Das Bild hat wie hier, ja. Da lässt du den ganzen Saak voll trübbeld los, und die kostet du am Glauben durchlaufen. Nächste, wir haben noch ein Bild aus dem Beispiel. Er hat immer auch vierten, fäften und saßt hier. Der Jesgottes, ich habe das Beispiel genommen von dem Lebensstrom, wo sage ich, wenn wir in dem Jesgottes leben, dann wurde ein Strom voll über das wahre und denkt, wo hat Gott gemerkt, hat das Wouterhaft eine besondere Kraft. Und Jesus sagt zu Gott, das ist amarytische früh, da war du meine Wouter ich frei, und dann wollte ich diesen Wouter geben, dass die niemals wird das tun. Und erfällung, sagt Jesus, wo hat er mit dem Heiligen Jessen stehen, und dort habe ich diese Bödel aufgemacht. Und weißt du, hier ist der Unterschied, war er von dem Gesatz. War er ein Bild von dem Gesatz, was an der Klauschen handelt. Diese Bödel, mag ich aus dem Bödel, dass das Plastik nicht bietet, was das Gesatz wird, das Wouter und den Sinn in einen hält. Ohne eine Bödel, ohne das Gesatz, würden wir nicht den Sinn erkannt. Und das ist was die Bibel erklärt. So, wir haben eine Bödel, und das Bödel habe ich so gemerkt, dass das Wouter, was hier eine Bödel ist, als der Heilige Jess das Macht kauft. Und das sagt in 1. Johannes, das sagt, dass wir an uns wohnen, das steht, das in der Welt ist. Und das war das Beispiel von der Wouter. Wenn du hier Wouter hast, und du nimmst das Wouter, und du hast die Heilige Jess, das Erfüllung. Und dann nehmen wir nach, wo ich habe die Erfüllung gekriegt, als wir Brücken nicht sterben zu an den Sinn, war er der Kriegsweg von reden. Das wird wie Brücken, wie wir an den Sinn loslaten. Und dann ist das Versicht, dass Gott gebt uns den Heiligen Jess, was wir anbeten tun. Du haben das Feld tänzt das ab. Und wenn wir dem Heilige Jess haben, dann bräuch ich das Beispiel aus, das Wouter hier bin, und dort es schwanger und stört aus der Luft besit. Und wir fingen in Hebräer geschrieben von der Krall von dem Teufel. Und wir fingen in anderen Versch, in Epheser Sass, Versch 12, glaube ich, wo es sagt, wir chämpfen nicht mit Fleisch und Blut, wir chämpfen mit all die Böse Gäste. Und da wurde eine Lauf es, und dort hat er diese Lauf, die Lauf es, die Macht von der Teufel Kracht. Das ist, was der Lauf ist. Der will alle wehen in, wo du aufmachst, den in. Aber wenn du abgefällt bist mit Wouter, mit dem Heil Jäst, dann kann hier nichts sinnen, wenn du hier ein Loch neunpuxen in die Plastik Bödel, gläst du die Lauf wo neun kommen? Die geht nicht. Das kann Wouter rütt. Und dort ist so unsere Erfüllung schafft. Dort ist was uns die Kroff mag gehen die Sinn. Wenn wir abgefällt sind mit die Früchte des Jäst ist, denk mal nein, wenn du wirklich voll leif bist. Ich mag manchmal so ein Beispiel dass die verstanden sollen. Ich habe mich nur bei Trouble und dann würde ich gleich , wenn die noch anders schwehen und dem würde ich vielleicht noch die Füße geben. So der auch manchmal hier bin. Aber wenn die abgefällt mit leif ist, dann denke mal an, da würden klein nicht zwei Jahre nach die kommen. Wollt die dort die Füße schälen? Da würde nicht gehen. Komm ganz trotisch nach die lang die Wollt die Füße schälen? Wer will die haben? Das amelig. Vor allem nicht, wenn wir sind was der Himmel rück. Und wir sind abgefällt von Leif. Das amelig. Du musst gerne uitholen, bruschen. Trei tecken für das an Bia. So war das das wenn wir abgefällt sind von den Heiligen Jeist. Das Biespel brauche ich war wo ich meine für brauche. Das wird Emma. worum verjahst du Emma wenn ich beim Stube stahl? Weißt was da hat wenn ich voll leif sehe? Dort immer kommt an mein Gesatz und weil da ich püchse. Weil da ganz voll leif ist. das püchse da ich dann stritzt leif rütt und das ist alle gedacht. Das ist ein Biespel wo wir keine Kraft haben jeden Sinn erfällt mit dem Heiligen Jeist und du hast nicht bloß leif wenn du fried ist. Das ist sehr antifried und du hast fried . Wenn du ganz friedlich hörst nur seine Antifried hat dann passiert nichts. Nicht wie das was los davon. Oder Angst ist so ein Ding wenn du voll leif in Freiheit bist da kann keine Angst nennen. Wenn du geduldig bist dann kann die andere noch so idyllisch sein du kannst ganz geduldig die stunden lühen Ich habe manchmal geäuert wenn andere so geduldig werden wenn ich so idyllisch wäre du hab es doch wohl nicht aber er kann da nichts tun da ist da trafen wir nicht an das ist ein Ding das ist die alte Kraft brücken wir streiten nicht bloß in dieser Welt immer mit Sinn wir sagen wir haben das Ziel wurde diese Erfällung die wir haben wie ein Mann war das am Anfang sein wir haben vollkommen worden leben wir haben was zu produzieren Gott hat uns nicht hier gesagt und bloß einmal mal geben er hat uns hier gesagt und mal produzieren hier kommen viele biespielen an manchmal was ihr sagt wir wollen nicht bloß einmal Jan verspringen wir haben die leere verschen und das ähnlich wir haben nicht bloß einmal nutze traut von die verjevung wir wollen abfällen an die verjevung an jäwe andere verjevung wir nicht bloß einmal gesehnt wollen sehne wir uns mal abfällen von wo die war hoff ja sehne als an jäwe sehnung uit wenn wir dort waren dann sei wie ab dem ski jet boven war ewe die wahl ever flicht und es nicht zu sehne die teuflische mag die die strötze te sieht und jäwe bloß ewe sind biespäle wat we can mal brocken an ons dort an ziel ist mal vollkommen zu worden en wer glich wort von vollkommen hat an so we we brocken nicht bloß am war bis don an am war bis don an am war a grund lie an am war a rad bracher Durch den Glauben in Gehorsam. So ein Mensch sei bloß durch den Glauben. Dort sei ich durch den Glauben in Gehorsam. Wer wir dort auch? Wenn wir hier Rat sind, dann werden wir in Gehorsam sein und los uns heulen. So schwimmen wir nun doch davor. Wir sind verwunden, verbrücken. Dann los wir uns dort bebingen. In der Tog nähen. Dann sei wir am Gehorsam. Ich sage, was wir sollen tun? So will wir Gott sein. Weet ihr was das Leben ist? Das ist ein Leben am Glauben. Und wir wurden erreicht durch Gott. Dann fällt er uns auf mit all seinen Früchten. Das Juist ist. Durch Bönen kommen wir wieder. Durch den Glauben sind, Isaacs sind sind. Und so finden wir viel. Wenn wir Hebrauch Kapitel 11 nehmen, dann finden wir all das Glauben. was uns erreicht macht für Gott. Und das ist wie wir beide wie leben können. Weet ihr was? Mit dem Glauben, an Jesus Christus, ever win wie unsere Trübels. und was wir, und wir alle Menschen sind. wir sind uns für Gott, und wir sind die froh, und wir sind die froh, und wir sind nicht froh. Und wir sind die froh.